Hallo und herzlich willkommen auf sportwette.net. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von BET3000 vor. Ich denke, die werden schon einige von euch kennen, denn mit dieser Anwendung ist es ganz einfach möglich, die Wetten auch von unterwegs und zwar mobil zu platzieren. Diese Anwendung gibt es kostenlos im App Store und auf der Startseite erhaltet ihr hier gleich die Bereiche Live-Wetten, Sportwetten, Highlights, meine Favoriten, Sprache und Information. Oben rechts werden euch noch die Account-Informationen angezeigt, sofern verfügbar. Es gibt jetzt hier gleich die Möglichkeit zum Beispiel in Sportwetten zu klicken. Es ist hier wirklich gut unterteilt in die Kategorien wie beispielsweise Fußball. Hier kann man natürlich nun die Unterteilung vornehmen nach Ländern, nach Ligen und vieles, vieles mehr und landet dann letztendlich immer bei den Wetten, die man auch wirklich sucht. Das ist wirklich gut, wie ich finde. In diesem Falle muss es jetzt nochmal einen kleinen Moment laden und jetzt seht ihr hier auch die unterschiedlichen Spiele, die zur Verfügung stehen. Und wenn wir hier jetzt draufklicken, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze hier unten rechts im Wettschein einzusehen. Hier seht ihr es jetzt zum Beispiel, man kann natürlich noch den Einsatz festlegen und dann natürlich auch unten die Wette von unterwegs abgeben. Man muss natürlich nochmal bestätigen. Und so einfach ist es dann möglich, die Wette hier von unterwegs abzugeben. Das finde ich wirklich gut. Gehen wir nochmal auf die Startseite. Ihr seht jetzt hier auch meine Wetten, also könnt ihr die sehen, die ausgeführt wurden. Es gibt ansonsten noch die Favoriten, auf die man zurückgreifen kann. Die Highlights werden nochmal vorgemerkt. Dann gibt es den Bereich Mein Konto. Hier gibt es die Transaktionen. Ein- und Auszahlung ist möglich. Auf das Benutzerprofil kann man zurückgreifen und man kann sich auch ganz einfach abmelden. Es gibt im zweiten Bereich dann nochmal die Sportwetten, wie wir es ja gerade eben gezeigt haben. Also auf der Startseite ist es nur eine Verknüpfung. Und die Live-Wetten finden natürlich auch seinen Platz. Das finde ich wirklich gut. Denn hier kann man dann auch ganz spontan mal Wetten platzieren und findet dann hier immer nochmal Informationen zum Spiel, was denn gerade so abgeht. Hier rechts, wie gesagt, der Extra-Tab für die Wette, für den Wettschein, den man hier ansehen kann. Und ansonsten ist es eigentlich gut aufgebaut. Man kann seinen Account verwalten. Einen Einzahlbonus gibt es leider nicht, wenn man das von unterwegs macht. Bringt also nicht unbedingt, was die Anwendung zu nutzen in Bonus-Hinsicht. Aber es ist natürlich so wunderbar möglich, die Wetten auch von unterwegs zu platzieren. Was ich noch im Vergleich zu Konkurrenz-Apps etwas schade finde, ist, dass die Ladezeiten etwas langsam sind und die Animationen auch ein bisschen schneller sein könnten. Ansonsten aber eine schöne Anwendung. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.